die wissen ob man die hacken kann gibt es da oben was sind alle da hinten weiß aber gar nicht wenn man so richtig lange rennen soll und sie du hast die perfekt umgedreht das muss ich dir echt lassen hast du toll wo ist der andere der war doch noch ein zweiter ist der von selber draufgegangen oder was praktisch ist das nicht das sind das auch vor dem gas dass das einen schützt und nicht runterfallen und wir müssen was essen krieg ich das von hier und das von hier natürlich nicht von hier dann das ventil nicht von hier ich weiß dass du noch hier bist ich bin wo ist der andere das war die letzte kugel die was er noch drauf war hat bevor er sich nachladen das war glück das war glück aber ist dann aber gleich käme das wäre mir ein kleiner ätertensieg gemacht was der fülle uns gar nix ganz schön viel gas ja dort kannst du das gas ablassen ja ich hätte wieder zurückgemüßt ja ganz schön viel gas sollte uns das nicht vorher sein oh no ich bin hingefallen ich bin hingefallen wie auch immer oh der kontrollraum ja dort kannst du das gas ablassen ja ich bin schon da Ventil ist zu jetzt zum zweiten erst Rohre dann Ventil aber pass auf das gas auf holl ich mußs neu machen gerade eh ja gut zum wissen ich muss dann wieder zurück oah ich bin auch gleich ganz schön ganz schön Euch gehts nicht gut, ne? Hab ich kein Problem damit. Was ist eigentlich mit deinem Kumpel passiert, ne? Hat der einen Scheiß meckert, oder was? Puh, das war knapp. So, den einen noch. Dann kommen unsere zwei Kummels wieder. Huch, nicht wundervoll. Dann das Ventil. Gibt der da? Oh, der ist mit noch. So, und jetzt nicht runterfallen. Ganz schön viel Gas. Oh, der Kontrollraum, ja. Dort kannst du das Gas ablassen. Lauf! Danke. Brauch ich. Ach, hier kommt Licht vorbei. Sichere die Position. Okay, ich habe hier immer das Gefühl, ich komme jetzt gleich rein. Weiß nicht, ob das stimmt. Kann auch täuschen. Beide? Ich sehe nicht. Ich sehe nicht die Bedeutung. Die Bedeutung. Wir lassen uns nicht hier. Und wenn du nicht die Bedeutung, Alle rufen die Bedeutung. Aufeinander, die Bedeutung. Die Bedeutung. Wir haben fäuer. Wir lassen uns. Was ist das? Da ist keiner. Kann ich das da ablassen? Oh, jetzt ist er auf einmal nimmer gesperrt. Wow. Komm, mach. Gas wird abgelassen. Das heißt, dass die Notfalldruckventile offen sind. Wenn du sie zerstörst, war es das für die Zwecke. Wird eine große Explosion geben, also sei vorsichtig. Na ja. Danke, dass du das Feuer sagst. Oh, das will ich nicht. Natürlich sind jetzt wieder ein Haufen da, ne? Ich habe es gesehen. Ich weiß, dass du hier bist. Ja, aber wie? Oh, der war auch hier. Wie ist es heiß? Wir müssen doch mal wieder kochen. Ach, geil. Viel stuff. Nein, ich komme doch nicht hin. Nein, ich komme doch nicht hin. Lauf voll. Geht die normaler Egel habe ich spinn. Ventil ist zu. Eier, ernsthaft jetzt. Dann Ventil. Aber pass auf das Gas auf. Das ist eine Verarsche. Bloß weil die Troller da meint, ach, ich geh da schön langsam spazieren. Ist doch wurscht, wenn jemand auf mich ballert. Ach, es ist egal. Ach, ich bin da. Ihr könnt nicht wissen. Auf jeden Fall. Das geht nicht mit dir kaputt. Erst auf das Spiel war ein Sticker. Weg mit dir. Jetzt wissen wir ja jetzt wie es geht. Wir haben ja oft genug gemacht. Können. Zum Kossen. Sinn. Dann das Ventil. Dann das Ventil. Ich zieh mich los. Ach, was ist denn auf? Fäige Schwein. Es war zuletzt in diesem Gebiet. Es war zuletzt in diesem Gebiet. Es war zuletzt in diesem Gebiet. So, dann einmal drehen und dann wieder die Beine in die Hand nehmen. Blöhmann. Ich habe es erwischen lassen. Das ist jetzt in der Falle. Es muss hier sein. Fahr zur Hölle. Meine Güte. Wir waren so gut. Wir waren so gut. Bloß weil der Schnäpfe meint. Wenn wir da mündlich spazieren gehen. Erst Rohre, dann Ventil. Aber pass auf das Gas auf. Wäre es vielleicht vom Vorteil, wenn wir den PC einfach vor. Gleich am Anfang einschalten. Dann sauf das nämlich gleich weg. Eine Logik haben die, ne? Warum sind das jetzt zu viele? oder vielleicht hier ein, oder noch mal andere eine beiden. Das war eine Fall. Das war nur 2. Einer hat sich hingelegt. Die hat sich hingelegt. Unau legt sich auch hin. Bist dann mit ein viel Fluss Rett. Das ist ja ein ganzes Wett! Untertitelung des ZDF, 2020